Irgendwie Irgendwie glaube ich, ist das vielleicht Da ist er, da ist er Ich brauche noch vier von den Dingern Komm schon, gib Nein Ich habe 50 Warte, ich komme Mein lieber Gourmet Luma Gourmet Luma Komm her, du kleine Franzose Ich will dir geben eine Sendung aus meiner Die so schön hat geprickelt in dein Bauchnabel So, komm jetzt hier, mach rein da 50 bitte, yo 50 sind gebongt, werden gebongt, werden dir in die Fresse gehauen Entschuldigung für meine Ausdrucksweise Das war auch alles gar nicht so gemeint Verwandlung Wenigstens macht er nicht so ein 3 Monate Gestöhne und Komischen Kampf daraus Wie Son Goku immer in Dragon Ball Der immer 8 Wochen erstmal rumschreit, bevor er überhaupt Realisiert hat, dass ein Gegner vor ihm steht Das ist aber Das ist so unfassbar gut, Leute Das glaubt ihr gar nicht Ich habe mich immer so weggelacht Aber früher Das ist eigentlich, dass im Nachhinein Boah, scheiße, gab es hier nicht auch einen Tempokometen zu? Irgendwie erinnert mich das gerade stark an irgendeinen Tempokometen Ich weiß nur grad nicht, ob es wirklich mal einen dazu gab Aber auf jeden Fall erinnert mich das gerade hart an Scheiße Entschuldigung, dass ich das so 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 rücksichtslos Sage Aber es ist eben so Denn das war wirklich nicht schön Das hier sind keine schönen Erinnerungen, die ich aus Mario-Zeiten habe Ja, gut Ja, gut Lass mich durch, 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 durch Wuhu Aber, ja, genau An der Seite ist nichts An der Seite ist nichts An der Seite muss ich nämlich da rauf gehen So, und jetzt haben wir es auch schon Moment, da war der Stern, glaub ich Hier, ich muss erstmal hier runter jetzt Denn hier unten Oh, ihr habt schon Angst, hör mal Ihr habt ja schon Hä? Hä? Wo ist denn jetzt noch was? Wo hab ich denn mal übersehen? Das verstehe ich gerade nicht Ah, hier Jetzt sollte ich aber doch mal alles haben, oder nicht? Ach, hier auch noch Naja Ja, wie viele habt ihr denn noch davon? Ah, puh So Einmal, hoppa Hey, das ist doch voll viel Nein Hä? Die hab ich schon? Mich ist wieder zurückgepft? Nee Und wo, bitteschön, hab ich da noch welche vergessen? Was ist hier, was ist hier eigentlich drin? Komm, zeig ich mal her Das verstehe Achso Ah, da Da, 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 da Ich seh sie Ich seh sie Alter Das war jetzt schon Glück Ich hab für nen kurzen Augenblick Hab ich mit dem Gedanken gespielt Es ist vorbei Okay Och, wirklich Ey, ich war doch jetzt wirklich genau Genau genug Nah genug, meinte ich natürlich Nicht genau genug Ey, ich war genau genug da dran Ich war genau genug Ich war genau genug, genau genug Ich war genau genug da dran Ja, ich hab es jetzt endlich geschafft Jetzt muss ich wieder zum Orangen Das wird schwer Ja Das wird in der Tat gar nicht so einfach Weil meine Künste ja relativ Boah, ich kann mich noch daran erinnern Und das sind diese, also Mario Sunshine Ist, finde ich, auch eines der wirklich schwierigsten Mario-Teile Wenn ich so überlege Denn diese ganzen Zwischen-Missionen da Boah, alter Schwede Dem, 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 dem Dem, Mario Ich bin ja mal gespannt, was sie als nächstes machen Die Galaxien-Thematik haben sie ja jetzt eigentlich relativ abgeschlossen Also das ist eigentlich ja durchgenudelt Vielleicht kommt jetzt sowas wie Der Erdmittelpunkt Der Erdkern Die Erdkern-Thematik in Mario Und dann für die Wii U gibt es dann das nächste Mario mit Mario im Erdkern oder so Super Mario Erdkern Super Mario Mittelerde oder so Oh, nein Oh, ich wusste, ey Hab ich nicht gerade noch vom Tempo-Kometen gesprochen? Doch, ich habe gerade noch davon gesprochen Dass es so einen drecks-asozialen Kometen gab Der mit Zeit zu tun hatte Und ich meine, er war in diesem Level Und, oh, Gott, nein Und jetzt ist er wirklich, jetzt ist er wirklich da, Leute Ihr seht, ist gerade live Oh, das war wirklich mit Abstand der ätzendste von allen, wenn ich ehrlich bin Ach, Herr Jemini Boah, Alter Übertreibst du das vielleicht noch ein bisschen weniger oder so? Der war ja so knapp Ach, so, stimmt Man kann ja da drunter Oh, bin ich dumm Entschuldigung, Leute Klein TT, aber wieder dumm So Ja, jetzt muss ich hier nochmal vorbei So, Deo Oh Okay Jetzt brauche ich aber mal kurz einen Lagebestand Und zwar da oben geht es da runter Und da unten haben wir noch was Okay, ich würde sagen, ich gehe diesmal Ja, mach mal weg Ich gehe diesmal hier Ich fange hier an So So, ich warte jetzt, lieber Leute Gar kein Risiko Das können wir vergessen Risiko können wir im TS mit Mabas, mit dem Umbro, mit dem Zen spielen Aber nicht mit mir jetzt hier Ich habe jetzt gar keine Lust auf Risiko So, das haben wir gemacht Obwohl das eigentlich recht einfach ist Also, momentan kommt es mir recht einfach vor Ich weiß auch gar nicht, warum ich da sonst immer so Weil ich habe das echt als eines der Horror Level in Erinnerung Aber, es geht Wir müssen es geschafft haben jetzt Ja, ja, war doch easy Und warum habe ich da so einen Stress gemacht, oder was? Das ging doch echt leicht von der Hand So Dann bleiben die Die bleiben stehen Was? Echt? Yay! Komm schon! Nimm ihn! Komm! Mario! Yay! Das war's, würde ich sagen Haben wir gut gemacht Dann haben wir jetzt in den Drei Parts Wir wollten nämlich eine halbe Stunde aufnehmen Haben wir in den wunderschönen drei Parts Ja, ich würde sagen Gute Fünf Fünf? Wir haben fünf Sterne geholt Das ist echt viel, finde ich Ja, fünf Sterne haben wir geholt Das heißt, 25 fehlen noch Und ich glaube es sind noch fünf Die uns fehlen Einschließlich des Bowser Sterns Bevor wir die lila Münzen holen können Die Kometen Jetzt muss ich aber überlegen Uns fehlt noch ein grüner Stern Uns fehlt noch der Stern in der Challenge Galanzi Uns fehlt der Bowser Stern Und uns fehlt ein Gourmet Luma Das sind vier Aber wo ist der andere? Irgendeiner fehlt uns noch Nun gut Ich mach jetzt hier erstmal Einen kleinen Stopp Eine Pause Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei Die Robo-Putzel ist auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei Und ja In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Tschüss! Euer Tabletons Gamer